Sophia Tomala und Alexander Zverev genießen eine Auszeit im Urlaub. Die beiden Turteltauben verbringen ihre freie Zeit auf den Malediven, wo die Moderatorin auch ihren 33. Geburtstag feierte. Zu diesem Anlass teilte sogar auch der sonst so zurückhaltende Tennisspieler einige süße Fotos der beiden. Zu den Schnappschüssen, die die beiden kuschelnd am Pool zeigen, schrieb Alex. Alles Liebe zum 18. Geburtstag zum 16. Mal. Für seine Sophia schien der Olympiasieger sogar eine Überraschung gehabt zu haben, denn seine Liebste postete ebenfalls ein Foto aus dem Paradies. Darauf ist sie zu sehen, mit einem riesigen Strauß roter Rosen, na, wenn das nicht mal romantisch ist. Sophia schrieb dazu. 33. Hatte eine wunderbare Zeit mit Sascha und seiner Familie, die immer wieder versuchen, ihn auf allen Ebenen zu unterstützen, damit er so schnell wie möglich wieder auf dem Tennisplatz ist, während ich versuche, mich so lange wie möglich von TV-Shows fernzuhalten. 34. 35. 35. 35. 35. 36. 38. 38. 39. 39. 40.